Herunterladen von Therapiedaten. Legen Sie die CD in Ihren Computer ein und installieren Sie die Tup-Easy-Plus-Software. Nachdem Sie die Software geöffnet haben, verbinden Sie Tupas Plus über ein USB-Kabel mit Ihrem PC. Klicken Sie auf den Reiter Logdaten laden, um alle bisherigen Patientenbehandlungen herunterzuladen. Die Dateien werden automatisch gespeichert. Jetzt können Sie die Behandlungsdaten des gewünschten Patienten auswählen.